Musik Hallo, mein Name ist Dominik August. Ich bin 18 Jahre alt und Azubi als Estrich-Schläger. Also wenn wir in einem Haus Unebenheiten haben und sowas, kommen wir mit unserer Maschine, pumpen Leicht-Estrich rein, bügeln alles aus, dass alles schön glatt ist und fertig. Wenn wir unsere Sachen reingepumpt haben, Leicht-Estrich, Fließ-Estrich, normaler Estrich, und danach können erst die anderen Leute kommen. Fliesenleger, Parkettleger, je nachdem. Es ist eine Herausforderung, in der wir schnell, sauber und gründlich arbeiten müssen. Glatt, sauber, geschwabbelt und fertig. Genauso wie im Schnellzement, wenn wir Schaufeln, Maschine richtig durchpumpen und dann alles schnell rein, abziehen, glätten, zack, wieder weg. Musik Hallo, mein Name ist Dominik August. Ich bin 18 Jahre alt und Azubi als Estrich-Schläger. Musik 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 Musik